Der Smart-Crime-Montag mit der neuen Serie Detective Laura Diamond. Laut meiner anonymen Quelle hatte der Kongressabgeordnete Jameson eine außereheliche Affäre. Doppeltreffer, Sexskandal und Mord. Das Team inzwischen Politik. Ich hatte keine Affäre. Ein politisches Ränkespiel also? Und schmutzigen Geheimnissen. Brauchen Sie eine Karte? Brauchen Sie eine Hose? Eine neue Folge. Detective Laura Diamond. Morgen um 20.15 Uhr in Sat.1.